Einen schönen guten Tag, hier ist Nessie auf Euro Truck Simulator 2. Ja, es ist wieder ein neues Update gekommen bei Euro Truck Simulator 2. Ja, wie ihr sehen tut, es sind jetzt in der Mitte. Es ist kein, wie nennt man es, keine Mods. Es ist ein Update. Es ist wirklich jetzt ein Update geworden. Gut, aber ich muss ihn wieder wegmachen. Das stört mich. Aber ich kann es uns auch so lassen. Oder wegmachen. Genau, aber ganz weg. Okay, aber nach einer Intro geht es los. Okay, bis gleich. So, ich bin jetzt eingestiegen in meinem schönen LKW und jetzt fahre ich wieder weiter. Okay, ich starte meine Maschinchen. Jo, ich will mal gucken, wie die Spiegel aussehen tun. Moment, wie war das nochmal? Die sind kleiner geworden. Die sind kleiner geworden. Okay. Das lass ich auch so da unten. Dann weiß ich, ich kann 80 fahren. Okay, das ist toll. Ich finde es toll. Stimmts Kleine? Jo. Gut, dann fahren wir mal langsam los. Achso, Licht an muss ich auch nochmal. Gut, dann fahren wir mal langsam los. Oh, das Update finde ich echt toll. Von Euro Truck Simulator 2. Wow. Gut, dann fahren wir nach Richtung England. Das ist interessant. Richtig. Ist keine Mod, was ich jetzt drinnen habe. Mods habe ich noch drinnen. Die Lichter-Mod ist drinnen. Wie man sehen tut, ist schön hell. Aber das war ein Update. Das war jetzt wirklich ein Update. Achso. Ich habe mich verwundert. Ich könnte erstmal nicht spielen. Aber es ist wirklich ein Update. Wow. Oh ja. Gut. Gut, dann fahren wir mal los. Äh, sind wir ja schon losgefahren. Ne, ich gebe jetzt weiter erstmal. Bis nach England. Bin ja immer noch in Frankreich. Ich weiß, ich muss ja mit dem Zug fahren. No. Genau. Ne, gestern, äh, ja gestern, ne, vorgestern. Konnte ich Minecraft nicht richtig aufnehmen. Weil ja irgendwie Probleme gewesen sind. Ah ja, jetzt fahr ich mal ein bisschen schneller. Da. Ich bin ja hier nicht so rum. Oh, das ist toll, das Update hier jetzt hier. Juh, da sind sehr viele Mods drin. Ich will ja nicht sagen. Aber das ist keine Mod. Ist das da unten. Das kommt wirklich von Eurotruck Simulator. Das kommt wirklich von Eurotruck Simulator. Warte, Fernbus Simulator. Da haben die schon auch schon gesagt. Das ist so eine Scheiße. Sind schon wieder Sonntagfahrer schon wieder unterwegs. Ja, ja. Aber es ist so toll. Ja, es ist ein Sonntagfahrer hier. Meine Güte, das ist denn hier schon wieder los. Was ist denn ein Rentner, der den ganzen Verkehr aufhalten tut? Reine Güte. Gut, jetzt bin ich endlich da vorbei gefallen. Aber ja keine Begrenzung. Ach, warte. Warte mal. Warte mal. Ich muss ja den hier wieder einschalten. Ich bin ein Schwertransporter. Genau. Ich muss ein bisschen langsamer hier. In der Krankenwagen, lauf doch weiter. Ich hoffe, das ist keine Mod, was ich jetzt drin habe. Aber nee, es war ein Update. Es sind auch neue Fahrzeuge dazu gekommen, wie ich zu sehen tue. Ich muss ja mal sehen, wenn ich hier fertig bin mit dem Spiel. Mal ganz den Mats mal raus machen und mal gucken. Ich muss ja jetzt mal auf die Uhr gucken. Freitag, 3 Uhr, Maus. Ich habe viele Mots drin. 80 Euro wollen die Verlangen. Eine Frechheit. Aber das müssen wir alles wieder zurück bezahlen. Genau, und ich muss auch guter. Auf jeden Fall frage ich mich jetzt nicht noch mal, nicht das letzte Mal. Gut, weiter geht's. Hier noch. Ich darf ja 90 fahren. Man wird jetzt frühe Hell. Gut, gut, gut. Gut. Bleibt sie stehen? Ja, ja, bleib stehen. Gut. Der kleine fährt mir zu langsam. Ich darf ja nur 70 fahren eigentlich. Okay, er hat eine ganz schöne Last in Sicht. Oh, warum nicht ausnutzen die 90? Wenn ich die 90 fahren kann, mache ich das auch. Aber nicht um die Kurve. Die Kurve hat sich an Sicht. gut. Jupp. Okay, muss gerade aus. Er hat das doch gesehen! Vollidiot! Manchmal glaube ich, dass die sehen das nicht. Irgendwie neblig heute draußen. Mit dem kleinen Spiegel, den finde ich echt toll. Okay. Gut, ich hätte ja sowieso rüber müssen. Gut. Uuuuuh, wo ist die Klobe? Pink. Jo, komme ich ja sehr schnell am Ziel ein. Huch, ich bin dunkel. Ist egal. Nein, ich hoffe, dass es jetzt... Nein, es sind zwei Spuren. Okay. Ich habe schon gedacht, dass uns eine Spur jetzt nur geradeaus gehen tut. Nein, Gott sei Dank nur zwei Spuren. Genau. Genau. Aber in Frankreich dürfen wir so LKW. Die 90 Stundenkilometer fahren, oder? Weiß ich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß das wirklich nicht. Hallo? Hier, aber ich weiß noch nicht. Und weiter geht's. Ach, Licht ist ausgegangen. So, hier darf ich wirklich nur 80 fahren. Bisschen Fähre schaffe ich mich noch. So, hier ist es Moment. Bist du eine Chance? Sperre, ich bin niemals tief. Bist du mich noch einmal an! So, das habe ich mit dem Fähren. So, die ich mache. So, wie eich, wenn es die Aufmerksamkeit gibt, Noch 9 Stunden und 30 Minuten hat die Fahrt zu Ende, aber es wird mir so länger dauern. Gut, die nächste Mode wird jetzt bezahlt. Ne, es war ein Update, denn die ganzen Dinge haben sich ja auch verändert. Ja, aber Landschlück erfahre ich jetzt. Juh, ich gebe wieder Vollgas. Soll ich mir einfach nochmal pennen gehen? Bevor ich, ja. Ist besser. Ich gehe einmal mal pennen. Ich weiß ja nicht, wie weit das nächste Ziel ist. So, was wir alles ausmachen. So, okay. Dann gehen wir mal eine Runde schlafen. Gut. Okay. Okay, geht's weiter. Okay. Das war's für heute. Das hat man ja gesehen, das war ein Drängler. Ja, diese Mode habe ich ja drin, das weiß ich. So, Lichtbröcke das nicht anmachen. So, Heldie noch jetzt. Muss ja auch ein bisschen Strom sparen. Hier wird einmal gepennt, jetzt bin ich hell wach und ich muss bald tanken, wie es so aussehen wird. Kann man nie wusste, wann DHL-Tank fahren tun. Nein, das habe ich nicht gewusst. Ich muss die Otaro-Kokkentür noch mal. Uah, haballa. Gut. Ich muss wieder langsamer fahren. Aber es ist so toll hier, das Spiel. Das macht auch immer richtig Spaß hier, mit dem Euro Truck Simulator zu fahren. Will ich mal sagen. Was ist denn die Einblendung? Uiuiuiuiui. Der Berg ist ganz schön tief runtergegangen. Da ist, da war irgendwo ein Zug. Naja, ich muss tanken. Und schauen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Der hat mich reingelassen. Oh, oh, hier ist Stau. Hier ist Stau. Na toll Was macht er denn da? Der ist mir zu gefährlich 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 Hallo Ich spinne hier Ich fahre nicht hinterher Hallo Du Scheiße Du Scheißkerl Du Scheißkerl Du Scheißkerl Du Scheißkerl Du Scheißkerl Du Scheißkerl Vielen Dank. Der kommt nicht aus dem Arsch. Ach, ich wollte dich jetzt nicht anhalten. Ach, du Scheiße, jetzt fahrg weiter. Ist egal, nächste Raststätte. Was war da? Was war denn da los? Ach, wollte ich schon sagen. Warte mal. Ich will mal gucken. Nächste. Gut. Moment, ist sie ein bisschen größer geworden, die Landkarte? Nö. Gut, hab's ja gesehen. Bis zum England fahr ich noch und Denmark's Flug für heute. Okay. Ist das auch stille? Jut, haben wir die gleiche geschafft, bei England merkt man eine Pause, hier sind doch drei Pods. Oh, 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 oh. Das war's für heute. 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 Ja, ich mach gleich Pause. War viel zu schnell. Das war's für heute. 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 Ich habe eben auf die Schwedt gesehen, ich darf hier nur 70 fahren. Gut, machen wir hier Pause für heute. Gut, rundum löscht aus, löscht es aus, aufsteigen. Gut, hier bin ich jetzt und hier warte ich jetzt auch. Bis zum nächsten Mal. Euer Nessi. Ciao, ciao.